Hallo und Willkommen zum heutigen Crashlanding mit dem Stefan. Hallo. Und da wo ist ein Gas. Wo? Der war doch keinem noch nicht da. Der war doch grad noch nicht da. So, ich brenne hier grad mal ein bisschen Carcool, weil unser System war nämlich wieder komplett ausgelutscht. Ja. Was machst du grad? Ich brauch mal ganz kurz das Craftingfeld. Ich hab jetzt schon extra zwei Monizore. Da funzt ich mir meine Zwischenklappe sackt. So. Gut. Rohstoffe. Was? Rohstoffe. Welche Rohstoffe? Jetzt gleich mal dazukommen. Gut. Ähm. Ich brauch nen Bogen. Da oben ist ein Garst. Stand der auf dem Kopf? Eine Spinne? Zwei Schwier in deinem. Hehehe. Bo. Ähm. Dann brauchen wir noch. Äh. Arrow. Pass auf jetzt. Jetzt hol ich mir. Die Sau. Gleich stirbst du. Quatsch. Ich brauch mir was zu essen, Alter. Ja dann iss was. Null. Puh. Alles tot. Puh. Ja die. Der hat ne Spinne auf dem Kopf gehabt. Achso. Die. Bei dem passt. Ja. Durchaus. Hm. Also mit dem Reis hier umläuft der relativ gut muss ich sagen. Ja. Genau. Hm. So. Achso. Genau. Ich hab hier ein bisschen. Ähm. Bisschen Zeug vorgearbeitet. Dann hast du wieder diese. Ja. Ich hab wieder Plastik gemacht. Na gut. Was heißt. Ja halt. Ich hab halt diese PCBs. Hab ich gemacht. Und hab die ähm. Auch schon wieder hier drinnen gehabt. So. Jetzt muss ich sie unten bloß noch ins Edging Water reinschmeißen. Und dann. Hatte ich eigentlich auch Plastik gepresst? Ach ne. Plastik hatten wir beim letzten Mal schon gemacht. Ja. Plastik haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Ähm. Ja. So. Ach. Ähm. Gut. Pass auf. Ich brauch erstmal was zu mampfen. Erstmal brauch ich was zu kaufen. Scheiße. Ist denn da noch Hühnchen drinnen im System? an eier oder essen was halt an hühnchen ganze chicken 1 feilig 1 raw chicken sandwich ich hatte bloß ein bisschen hunger deswegen also müssen wir quasi hinten erst mit der anderen chicken umnieden so ja ich fand schon meine enderperle aufgelegt 34 minuten machen wir hier mal 55 minuten ok wir müssen hinten auf jeden fall wieder ein paar endermänner nachlegen ja dann leg mal nach klingt wie auf dem ofen ey erstmal auf dem ofen ein paar endermänner nachgelegt ja schön gerostet und so weiter müssen wir unten aufs etching aufpassen nicht dass mein ach die ganzen hühnchen sind alle ausgewachsen sehr schön chickies hühner killen wie das duftet ja fast wie bei wiesenhof nein scheiße ok ja ich habe ich habe jetzt feuer auf meinen auf meine rapier bekommen gebratenen hühnchen voll geil ne ne weil ich die fallen ja instant um deswegen sind sie nicht gebraten die sind ja bloß gebraten ne die sollen ja auch nicht gebraten sein also kann ich kein sandwich mehr machen was kannst du aus gebratenen hühnchen machen keine ahnung das ist mir eigentlich auch geil aber ich finde momentanen sandwich ist eigentlich ganz lecker oh das wäre hier fertig ok zwei stück haben wir schon mal fertig die anderen haben 42 genau 42 prozent was denn? wird der baum nicht wachsen wer will wachsen? der baum will nicht wachsen ich brauch wabba na geh 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 komm ich schnell oben ins ding rein ins system äh ne brauch doch nicht ach hoppala wir haben doch noch wabba so hier haben wir unassembled pcb haben wir jetzt auf jeden fall schon mal drin haben wir jetzt plastik solche sind die plastikteile da oder nicht? so transistor haben wir noch 8 und kapazitor haben wir noch 5 bist schon wieder im selben wie ich ok ähm wir brauchen nämlich noch für eine quest brauchen wir nämlich noch den herrn da ach so da brauchst du die goldene karotte ne? genau und einen goldenen apfel brauchen wir dafür auch alles da drin hast du alles schon fertig? das ist ja nur noch die sache ich mach gerade den maschinenframe mhm maschinenframe der ist auch schon fertig ach so jetzt habe ich den maschinen ok es fehlen nur noch die karotten ok kaktus haben wir keinen karottensamen wir hatten nochmal eine karotten ach warte mal die ist hinten noch in der monsterfarm in der monsterfarm hatte ich die glaube ich gesehen ne koste nichts bei mir momentan doch blöd man alter gib her mann was kannst du eigentlich alter warte ich hole mir nur schnell bone meal bone meal bone meal oh bone meal haben wir aber auch nicht mehr viel hallo du mit deiner leuchtenden hose was leuchtende hose? ja klar ahja das ist ja die lederhose die du mir geschenkt hast oh äh schlafen ich will dir auch noch ins bett hier klar aber zieh bloß die eweschen aus ne du hast schon du hast sogar schon ne spitzhacke hehehe so ok ähm warum werden das eigentlich immer mehr mobs sein bei der monsterfarm ich glaube da ist wieder kein wieder kein saft mehr drauf aber ich muss ja eh dahinter ahja du mich auch so schau hier in der kiste ist nämlich auch noch eine 5 enderperlen ok äh wo ist denn das? stromteils da irgendwo hier ne ja äh warum killt der denn nicht? normalerweise müsste der doch killen äh 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 ach weil die mobessenz voll ist ja die war äh 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 weil der keine mobessenz hat wahrscheinlich ok warte mal mach ich den jetzt nicht mal auf Output schon läuft er wieder läuft so müssen wir an dieser kiste auch wieder äh mysteriöses System was der hier hat sehr komisches System äh ja jetzt wissen wir nicht mehr von der einen Kiste wo äh die Sachen jetzt zum Beispiel ähm wo Diamond und so und alles drin ist wirst man jetzt nicht mehr raustun hast du schon wieder irgendwas automatisiert? hehehe denk aber dran dass wir momentan verdammt viel Stromausgaben haben ne? und noch keine durchgehende Quelle Energiequelle ja Schwein? der hat meine Möhre geklaut ähm wie viel Möhren brauchst du? zwei ne? zwei gut was kann man denn eigentlich aus Möhren machen? uh goldene Möhren Möhrensaft oh geil Carrot Cake cool Karotten hm hhihi ok äh ich bring zwei mit sehr schön ich hab leider keinen Stein mehr um hier rum zuzumachen also halt hier oben die äh die die Tür zuzumachen ich hab alle Steine wieder verbaut zack zack wenn du da siehst dat cablechen warte 12 junge hier waren alles gemacht hier waren auch wenn alle sachen sind für den breeder das war jetzt technische revolution genau okay gibt alles als reward sehr schön so was ist ein nensur ich werde mich jetzt mal ein bisschen als strom oh essenzberry was ist denn bitte ein sewer ach das ist das ist der der die der die 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 ding macht die wie heißt es die diesen fleischsaft oder anne das ist das lauterhaus was ist was ist das sewer ach der macht die der der zapft die gülle ab ja kennt das nicht oh verdammt scheiße gleich kacke gebaut nicht noch mal ich werde erst mal die energie ich werde erst mal die energiequelle wird es noch ordentlich ja wird ja mal zeit weißt du erst brauchst du ja dann fährt das ende in das system und dann so wir haben wir hier auch noch eine quest gehabt genau haben einmal die und dann brauchen flugst elektrum ingot das haben wir nicht zufälligerweise auch oder so wie bauen wir denn das flugst flugst elektrum ingot so da brauchen wir einmal pyrotolm dust achso induktions welter haben wir schon oder brauchst du auch diese ingots diese flugst elektrum ingot brauche ja ich brauch die nämlich auch echte für euch davon aber du hast welche im inventar gehabt oder ich mache die jetzt nämlich gerade ja ich habe da du hast ja eine reingelegt habe ich jetzt ich habe ein quest abgegeben und zwar das terminal melting also ich nehme die du kannst du kannst ja den tesseric frame nehmen ich nehme auf jeden fall die resonant energie cell und einen machine frame gibt es automatisch oben drauf jawoll erst mal da rein send and receive 10.000 okay das ist natürlich jetzt mal eine geile geiler zwischenspeicher achso ich brauch schon mehr wasser lol nein habe ich diese ich habe die agent herne nicht ausgenommen ich habe zwei solche teile versembelt ja mann 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 schon wieder hitze schock lol ich auch Oh, da fallen ihn los, ich auch hin. Okay, warte mal, die Enderperlen lasse ich mir aber mal dritte. Alter, 50 Millionen RF passen da rein. Was willst du denn als Ding bauen, als Energiequelle? Lass dich überraschen. Wie ist gut, die Energiequelle. Was denn? Sag halt mal. Nein, jetzt noch nie. Ich töte dich. Achso, PvP ist aus, verdammt. Mann, geht auch gar nix, Alter. Ähm. Soll ich hier meine große Zelle dazwischen hängen? Da zum Beispiel. Kannst du machen. Aber warte noch mit der große Zelle. Warum? Warte noch mal, warte mal, warte mal. Wenn die erstmal die Energiequelle, dann lass mal gleich mal haben. Und dann warst du, was ich vorhabe. 400. Hm. Ähm. 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 Ich kann mich grad hier völlig aufs Ohr nehmen. Ich kann mich grad hier völlig aufs Ohr nehmen. Ich kann zicke dort. Bin ich grad so doof. WTF war das? Warte mal gleich, warte. Was ist das? Haben wir eigentlich irgendwas, wo wir Obsidien herstellen können? Nee, ne? Nööööööööö? Hm. Wir haben aber oben eine automatische Quelle für, eine automatische Quelle für Lava. für ein Lava und haben eine Wasserquelle könnte man daneben stellen das heißt wir könnten eigentlich rein theoretisch könnte man das machen rein theoretisch könnte das holy fuck so obsidian alles komm habeln wir noch wie kriegen wir denn Molden Obsidian hin man Fluid Transposer Eloi Smelter Läufst du zufällig die ganze Zeit irgendwo nein ich glaube grad nicht ich hab keinen vollen Soundbuck das wäre als wenn jemand die ganze Zeit läuft alter ähm wie hieß denn dieses wie hieß denn dieser Ding der ähm der Ding macht das Ding die das Ding macht das Ding die das Ding macht ja der wo du die die Cobblestone und Greenstone da herstellen kannst der hat so einen ganz komischen Namen gehabt ähm ähm Mostobal ähm 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 war das gewesen ähm ich weiß es nicht weißt du was ich meine oder ja das waren diese komischen weißen Maschinen Terminal Expansion ich denk das war Terminal Expansion ja ja und schreib ich schon wieder verkehrt so ah Igneos Extruder oder ja das ist der oh so Igneos Extruder den brauchen wir nämlich Igneos Extruder ok mir fehlt nur noch ein Glas unten aber ich bin so froh dass wir endlich wir haben keine Redstone mehr doch doch wir haben noch Redstone wo denn aber nicht im Lager ah nein das heißt ich muss jetzt mal wieder das tun ne genau aber das machen wir erstmal wieder im nächsten Part wenns euch gefallen hat dann halt dann schaltet morgen wieder ein ja heute mal heute mal zwei Minuten kürzer hehe und dann würde ich sagen Bis morgen Tschü